Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem neuen Build Video zu Division 2. Und zwar möchte ich euch hier meine neue aktivierte Blutungsdirektive vorstellen. Das ist eines der Sets und eines der Talente, die hier mit einfließen, die ein richtig gutes Upgrade bekommen haben für die Season 2.0. Und wer da Bock drauf hat, auch gerne auf LMGs steht und gerne auch andere Waffen spielt, die Sadist drauf haben, dann seid ihr hier bei dem Build wirklich richtig. Ich habe das Ganze wieder ohne Modifier aufgenommen, sodass ihr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze im Set generell läuft. Weil mit den Modifiern flippt das richtig aus. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Build. Bis zum nächsten Mal. 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 So anfangen möchte ich natürlich direkt mit der Spezialisierung. Dadurch, dass ich hier ein LMG gewählt habe, gehen wir auch wie beim Pestilenz Build natürlich zum Richtschützen. Der ist halt einfach nice. Der hat auch die große Munitionstasche zusätzlich, wenn man die gebrauchen kann für ein entsprechendes LMG, das man benutzt. Das dritte Nachladen erfolgt 50% erfolgt 50% schneller und es gibt Muni für die gesamte Party und nach einem Kille erhöht sich die Schussfrequenz. Es ist einfach eine richtig geile Spezialisierung. Es ist einfach eine richtig geile Spezialisierung. So, kommen wir mal auf das Bild zu sprechen. So, kommen wir mal auf das Bild zu sprechen. So, seht ihr hier haben wir vier Teile aktivierte Direktive. Wir gehen noch direkt mal auf die Brust. Ich habe das, wie gesagt, alles sehr, sehr offensiv grollt. Gehen wir mal auf die Brust zu sprechen, weil die hat das meiste Upgrade bekommen. Was macht aktivierte Direktive? Zwei Teile geben uns 15% Statuseffekte, was natürlich ganz okay ist, weil, ne, klar, wir machen Blutungsschaden. Drei Teile sind 30% Nachladetempo, was mega geil ist. Besonders, wenn man, ähm, ja, ein LMG spielt, was eh ein bisschen länger braucht wird zum Nachladen. Und vier Teile geben uns Einsatzregeln. Wenn Sie einen Gegner treffen, der mit einem Statuseffekt belegt ist, wird er markiert. Wenn Sie einen markierten Gegner töten, erhalten Sie Hohlspitzgeschossmunition für eure aktive Waffe und ein halbes Magazin der aktiven Waffe des Agents für den Rest der Party. Die Markierung bleibt 10 Sekunden lang bestehen. Hohlspitzgeschossmunition verstärkt den Waffenschaden 20% und verursacht blutende Wunde bei einem Treffer. Im Fall der Brust gab es ein richtig schönes Upgrade. Und zwar, äh, das Brusttalent extra für Aktivitätdirektive hat gehärtete Hülsen, erhöht die Verstärkung des Waffenschadens durch Hohlspitzgeschossmunition um 50%. Dieser Bonus wird nicht an Partymitglieder weitergegeben, der ist also nur für euch. Aber der reicht aus in Verbindung mit dem, ähm, Sadisttalent, das, äh, auch noch geupdatet wurde, dass das Ganze richtig derb reinfetzt. Ich zeige euch kurz die anderen Teile noch, dass ihr seht, was ich dort drauf gewürfelt hab. Halt geschaut, dass ihr, äh, die 50% Crit Chance Minimum erreicht. Die Maske, die ich gewählt hab, ist die Coyote-Maske, die hat man auch schon im Pestilenz-Bild mit drin. Die ist halt einfach geil für euch, geil für die Gruppe, ne? Je weiter der Gegner entfernt ist von euch, desto unterschiedlichere Buffs schaltet ihr frei für euch und für die Gruppe. Und zu guter Letzt habe ich einen Ceska-Rucksack, um die 8% Crit Chance noch mitzunehmen. Das waren vorher 10, in Season 2.0 wurde es ein bisschen reduziert. Und hab den auch komplett auf rot gerollt und hab als Talent niederträchtig. Das Anwenden eines Status-Effekts erhöht den gesamten Waffenschaden 20 Sekunden lang um 18%. Jetzt, äh, ist es die Sache, natürlich auch richtig geil wäre. Ich muss gucken, ob ich ihn hier dabei hab. So, hier, der Golden Gear Rucksack, der benannte Kochbuch des Anarchisten. Der wär natürlich mega, der hat perfekte Gemeinheit. Der, ähm, erhöht den Waffenschaden um 18% für 27 Sekunden. Wäre nice to have, aber den entsprechend zu kriegen, ich hab die Blaupause noch nicht, das ist ein bisschen, äh, schwieriger, finde ich. Deswegen bin ich mit der Crit Chance von Ceska, ähm, gestartet. Und liegt da mit auch einem passablen Wert, das schauen wir uns so gleich an. Und jetzt gehen wir mal auf, äh, die Waffen zu sprechen. Und zwar fange ich erstmal mit der Zorn an. Die Zorn hat auch einen Buff bekommen. Für mich eines der geilsten MPs im Spiel, ich mag die, die ist richtig cool und die hat das Talent perfekt nachtragend. Das Töten eines Gegners mit einem Status-Effekt, äh, machen wir eh die ganze Zeit durch die blutende Wunde. Gewährt ihnen und Verbündeten in einem Umkreis von 20 Metern für 20 Sekunden lang, und hier gibt's auch den krassen Buff, 21% Chance auf Grit und 21% Schaden durch. Das waren, ich muss überlegen, ich glaub, das waren 18 vorher. Hier nochmal 3% obendrauf, richtig cool. Und der Buff hält wirklich 20 Sekunden, das heißt, ihr könnt immer wieder mal auf die MP wechseln, könnt den Buff aufrechterhalten, und davon profitiert ihr und die ganze Gruppe von. Mit das geilste an dem Bild ist aber die benannte, äh, das benannte LMG Blutbad. Die hat das Talent perfekter Sadist. Sadist wurde auch gebufft von 25 und 30% auf 30 und 35% für die perfekten Varianten. Verstärkt den Waffenschaden gegen blutende Gegner um 35%. Ihr seht die Synergie hier, passt richtig gut. Nach 3 Kills erleitet der nächste von ihnen getroffene Gegner eine blutende Wunde. Das haut richtig derb rein, und sie sieht richtig geil aus. Fällt mir. Und ich hab hier einen... Was hab ich denn für den Skin? Ja, der Netzspinner, der ist extra dafür. Sieht richtig cool aus, passend zu Halloween. Yeah, by the way. Okay, so, aber werfen wir mal einen Blick auf die Werte. Dass ihr seht, wir sind, äh, in der Kombi bei 52% Chance of Grit. Ich könnte tatsächlich noch ein bisschen runter. Und, ähm, weil wir eh profitieren von den 21%, die uns die Zorn gibt. Das heißt, da könnte man noch ein bisschen mehr rausholen. Und die restlichen Stats, die seht ihr hier. Dann gehen wir mal runter zum Schießstand, und da zeige ich euch das Ganze da unten nochmal. So, ich bin mal wieder sehr schwer, ich dürfte von eben noch, ja. Alle bei den Waffen haben noch Blutungsmunitionen drin. Schauen wir mal mit der Zorn an. Die gibt uns dann unten den Buff. Wie ihr seht, wir haben jetzt Gemeinheit drauf, und haben den Buff von der Zorn. Das heißt, mehr Crit-Schaden, mehr Crit-Damage. Und dann können wir schön mit der Blutbart ein richtiges Gemetzel veranstalten. Richtig, richtig geil. Ich bin damit auch in die Season reingestartet, weil ich mir schon gedacht habe, dass das richtig Bock macht. Und, äh, ja, was soll ich euch sagen? Probiert's auf jeden Fall aus. So, Waffenball hat, wie gesagt, wenn ihr diese Ladisten nicht habt, oder wenn ihr, ähm, eine andere Waffe spielen wollt, Sturmgewehr oder whatever, überhaupt kein Problem, einfach rein, Sadist drauf klatschen, und, äh, ihr seid auf der sicheren Seite. So, und das war's von mir, Leute. Ich sag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr Lust habt, und macht's gut, bis dahin. Bye. Bis zum nächsten Mal.